Sein oder nicht sein, das ist die Frage, ob es edler im Gemüt, die Pfeil und Schleudern des wütenden Geschicks erdulden. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Oder nicht sein, das ist die Frage, ob es edler im Gemüt, die Pfeil und Schleudern des wütenden Geschicks erdulden.